Es war einmal ein altes Ehepaar, das lebte in einem kleinen Häuschen am Waldrand. Sie lebten ein glückliches und friedliches Leben. Alles, was ihnen zu ihrem Glück fehlte, war ein Kind. Eines Tages, als die Frau in der Küche Kuchenteig knetete, kam ihr Mann herein. Was backst du denn Schönes, mein Schatz? Oh, ich dachte, ich backe einen Lebkuchen, Mann. Die alte Dame knetete den Teig durch und schnitt die Form eines Lebkuchenmanns aus. Sie schob ihn in den Ofen, setzte sich an den Küchentisch und wartete, bis er fertig gebacken war. Als sie den köstlichen Geruch des fertigen Lebkuchens in der Luft riechen konnte, zog sie ihre Ofenhandschuhe an und holte den Lebkuchenmann heraus. Jetzt war es Zeit, ihn zu dekorieren. Sie gab ihm Augen aus Rosinen und ein Bonbon als Nase. Dann malte sie mit Zuckerguss sein Haar und seine Kleider auf. Schließlich bekam er noch Knöpfe aus Kirschen. Sie sah sich ihr Meisterwerk an und sagte, Mein Lebkuchenmann ist so schön, aber ich habe das Gefühl, dass noch etwas fehlt. Die alte Dame sah ihn erneut an und... Ah, sein Mund. Ich habe vergessen, ihm einen Mund zu geben. Mit mehr Zuckerguss malte sie dem Lebkuchenmann einen roten Mund. Oh ja, jetzt bist du ein vollständiger Lebkuchenmann. Und plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Vielen Dank. Aber, aber, wie kann das sein? Du sprichst. Der Lebkuchenmann stand plötzlich auf und begann davon zu laufen. Ja, und ich kann auch laufen. Der Lebkuchenmann sprang vom Tisch auf den Stuhl und dann auf den Boden und begann, auf die Küchentür in den Garten zuzurennen. Komm zurück! Komm zurück! rief die alte Dame. Der Lebkuchenmann rief ihr zu, während er davon lief. Ja, lauf so schnell du kannst. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die alte Dame lief in den Garten und begann, hinter dem Lebkuchenmann herzurennen. Der alte Mann sah aus dem Fenster und sah seine Frau rennen. Er rief. Wo läufst du denn hin? Die alte Frau rief ihrem Mann zu. Mein Lebkuchenmann läuft davon. Ich versuche, ihn zu fangen. Der alte Mann war sprachlos. Die alte Frau lief so schnell sie konnte. Aber der Lebkuchenmann war zu schnell für sie. Und sie konnte ihn einfach nicht einholen. Nach kurzer Zeit kam der Lebkuchenmann zu einem Bauernhof. Eine Kuh bemerkte ihn. Muuuuh! Ich sollte ihn einfangen und verzehren. Die Kuh begann auch dem Lebkuchenmann hinterher zu rennen. Lauf doch nicht weg! Ich will dich essen! Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau versucht auch, mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen. Denn ich bin der Lebkuchenmann. Lebkuchenmann. Die alte Frau und die Kuh liefen nun gemeinsam dem Lebkuchenmann hinterher. Und nun wurde auch ein Schwein auf sie aufmerksam. Ein Lebkuchenmann! Genau nach meinem Geschmack. Bleib doch mal stehen! Der Lebkuchenmann rief dem Schwein über seine Schulter zu. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau und eine Kuh versuchen auch, mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen. Denn ich bin der Lebkuchenmann. Und als sie weiterliefen, der Lebkuchenmann voran und die Frau, die Kuh und das Schwein hinterher, bemerkte ein Huhn, das nach Essen suchte, den Lebkuchenmann. Das wird mein Mittagessen. Also lief auch das Huhn los. Lauf so schnell du willst, Lebkuchenmann. Ich fange dich schon. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau, eine Kuh und ein Schwein konnten mich nicht fangen. Und du auch nicht. Niemand kann mich fangen. Denn ich bin der Lebkuchenmann. Und sie alle liefen und liefen. Der Lebkuchenmann, die alte Frau, die Kuh, das Schwein und das Huhn. Aber der Lebkuchenmann lief immer schneller. Und sein Abstand zu den anderen wurde immer größer. Der Lebkuchenmann freute sich sehr. Und war sehr stolz auf sich. Ich bin der schlauste und schnellste Lebkuchenmann auf der Welt. Ja, das bin ich. Niemand kann mich fangen. Denn ich bin der Lebkuchenmann. Als er in die Ferne blickte, sah er, dass er bald an einen Fluss kommen würde. Er blieb stehen, denn er wusste, dass er im Wasser zerfallen würde. Oh, oh, was nun? Die alte Dame, die Kuh, das Schwein und das Huhn kamen immer näher. In diesem Moment erschien ein schlauer Fuchs hinter einem Baum. Ich kann schwimmen. Wenn du willst, helfe ich dir. Der Lebkuchenmann dachte nach. Was, wenn du mich aufisst? Hab keine Angst. Ich will dich nicht fressen. Ich will dir nur helfen. Der Lebkuchenmann vertraute dem Fuchs und sprang auf seinen Schwanz. Er hielt sich so fest er konnte. Der Fuchs sprang in den Fluss und begann zu schwimmen. Zur gleichen Zeit kamen die Frau, die Kuh, das Schwein und das Huhn am Fluss an und sahen den Lebkuchenmann auf dem Fuchs davon schwimmen. Sie wussten, dass sie ihn nun nicht mehr einfangen konnten. Der Fluss wurde tiefer und das Wasser stieg immer mehr an. Hey Fuchs, halt deinen Schwanz hoch. Ich werde fast nass. Spring auf meinen Rücken, das ist sicherer. Der Lebkuchenmann sprang auf den Rücken des Fuchses. Sie schwammen ein Stück, aber als das Wasser tiefer wurde, sank auch der Rücken des Fuchses weiter ins Wasser. Ich fürchte, so wirst du nass. Spring doch auf meinen Kopf, wo du weiter vom Wasser weg bist. Der Lebkuchenmann kletterte auf seinen Kopf. Der Fuchs fuhr mit seinem Plan fort und tauchte auf seinen Kopf ins Wasser. Das Wasser steigt immer weiter. Spring auf meine Nase, die ist am höchsten. Also sprang der Lebkuchenmann auf seine Nase. Gerade als sie fast am anderen Ufer angekommen waren, warf der Fuchs den Lebkuchenmann hoch in die Luft und öffnete sein Maul. Der Lebkuchenmann würde in seinen Mund fallen und der Fuchs würde ihn auffressen. Aber der Plan ging nicht auf. Als der Lebkuchenmann in der Luft war, flog eine Krähe vorbei und fing den Lebkuchenmann mit ihrem Schnabel. Der Fuchs blieb zurück und schaute verdutzt. Als sie etwas weiter geflogen waren, fragte der Lebkuchenmann, Essen Krähen Lebkuchen? Ja! Als die Krähe ihren Schnabel öffnete, um zu sprechen, fiel der Lebkuchenmann heraus und er lief wieder so schnell er konnte davon. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau, eine Kuh, ein Schwein und ein Hohn haben versucht mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen. Denn ich bin der Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann rannte immer weiter und blieb niemals stehen. Wenn du also jemals einen Lebkuchenmann vorbeirennen siehst, versuche nicht ihn zu fangen. Denn er ist der Lebkuchenmann und niemand kann ihn fangen.